Du vertriebst eine unter Leadsplay an gängige Meinung, der ich und viele andere YouTuber nichts abgewinnen können. Man sollte eine Umfrage machen und so die gängige Meinung des Durchschnitts-Youtubers herausfinden und anschließend implizieren. Es ist zwar trivial, welche Auffassung diese vertreten, jedoch möchten die werten Herren das sicher schwarz aufweist. Zu dir. Du missfällst mir schon lange, indem du deine Meinung immer als den gängigen Durchschnitt darstellst. Du verbirgst dich hinter einer Brille, damit du immer noch eine gewisse Anonymität warst, die dir jedoch nicht ganz so heilig ist, als möglichst viele Abordnenden zu bekommen und damit Geld zu machen. Ich werde demnächst noch mehr Videos explizit zu dir machen. Auf immer wiedersehen, der Hater.